Ja, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Yabu 1, der Klassik-Version, der Klassik-HD-Version, ja. Gut, wir sind noch auf Dungeon-Level 8, weil wir noch nicht ganz durch sind. Wir haben nämlich noch die untere Ecke eigentlich. Ja, und dann können wir in Ebenen 9 weiter. Wests haben wir gerade keine. Also, gucken wir erstmal, was hier drin ist. Nichts, auch gut. Oh, da ist aber auf jeden Fall auch noch ein Raum, das heißt, wir haben ja noch ein bisschen was. Nehmen wir das Wort Chess, äh, Mana-Potion. Okay, die Tür ist völlig sinnlos, weil hier kann man auch rein. Oh, okay, Fireclan. Okay, dann sehen wir mal den Potion of Healing, weil die können wir gleich ersetzen. Und ihr seid alles gut, so viel. Okay. Hier ist sonst nichts mehr gut. Ja, hier ist auch mehr als Club Fireclan unterwegs. Und auch ein Kleid-Pier. So, das ist dann der letzte Raum, ja. Ich hab' nicht gesehen gehabt. So, und auch hier ist nichts drin. Aber gut. Gut, damit haben wir Level 8 abgeschlossen. Oder Ebene 8. Wie oben steht das Level 8? Wenn man es nennen möchte. Und damit auch den zweiten Bereich des Dungeons. Ja. Ich würde sagen, wir machen Fortschritte. Wir sind jetzt im Gebiet. Wo ist noch mehr von denen hin? Bei den Haufenrennern gibt. Und auch noch andere böse Sachen. Wow. 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 Okay. Gucken wir erstmal, dass wir die Healing Scrolls aufbrauchen haben. Darf mal noch eine? Powerborder, Fireball. Ah ne, wir nehmen die zur Not noch. So. Ein erschlagener Held. Hier war irgendwas Rotes. Ja, guck' wir erstmal, was es mit dem erschlagenden Helden auf sich hat. Rest in Peace, mein Freund. Ein Knockball. Ein Helm. Jo, schmerzhaft. Äh, er ist da oben. Könnte ja auch mit schießen. Danke. Oh, ja. Fernkämpfer, Garstie. Hier drin ist nichts. Ich hoffe, dass wir den Weg in die Stadt bleiben finden. Mana-Potion. Die bringen uns fast nichts mehr. Ja, und die Räume finde ich immer geil. Mit dem könnte man sich theoretisch verbarrikadieren, wenn Gegnerhorden kommen würden. Oh, ne Guardian-Score. Können wir nicht benutzen, leider. Ja, Helm. Gucken wir mal, was der Helm kann. Hit-Points, mehr Arm. Ja. Ja, gut. In dem Teil geht auch Rechtsklick. Ist nicht ganz so gut. Depo. Eins bis zehn Schaden. Ah. Das würde unser Max schaden, ey. Aber es sind ziemlich viele andere Sachen. Senken, also, ganz so. Und ja, doofe Angewohnheit, immer mit Escape alles schließen zu wollen. Meine Mama Portion. Oh. Okay. Okay. Okay, das sind viele Feuerbreiwerfer. Das ist ein bisschen arg viel. Okay, mehr Dexterity, ganz dringend. Ja, das Level-Up hat uns jetzt ein bisschen gerettet. Was wäre das echt? Ah, die Chess ist... Oh, das ist schön. Nein, Dexterity auf Dexterity. Also ja, ich wollte sagen, die Chess ist... Äh, mit einer Falle versehen. So, Elixir of Dexterity, Increased Dexterity bei einem Punkt. Dauerhaft. Na, schön. Jetzt sollte übrigens auch der Zeitpunkt kommen, wo wir bei Adria solche Elixiere kaufen können. So, jetzt könnt ihr gleich nicht mehr ganz so gut treffen. Außer mit eurem Fernkampfangriff. So, in dem Raum scheint auch nichts drin zu sein. Nö. Da könnten wir uns halt einsperren, um uns vor Gegnern zu schützen. Ah, hinten, Portion. Und noch eine Chest. Mit einer Falle. So, hier waren wir schon auf der Seite des Lavasees. Ja, was wir immer noch nicht haben, ist der Weg nach oben. Also die neue Abkürzung. Ja, ich weiß, dass du doch da bist. Okay, hier ist ein Weg. Aber das ist der Weg runter ins nächste Level. Oh, die Fungal Tome. Das... Da hat jemand die Tür geöffnet. Okay. Okay. Also ja, die können hier alle doch die Türen öffnen, hä? Hey, da hat einen Wing getroppt. Da ist der Ring. Au. Au, au, au. In einem Eckpass möchte ich nicht stecken. Oh, der ist zwei... Da mein Bogen jetzt eh langsam fort wird... Zum Butter Skull einsacken. Nehmen wir mal so eine Potion of Rejuvenation mit Rejuvenation. Okay. Hello, mein Freund. Stay a while and listen. Plus 100 Arm, oh, naja, nicht so. Toll. Es ist Lightning plus 7 zu allen Attributen, äh, plus F zu allen Attributen. Ja, dann könnte ich den gegen den Wing of Türen tauschen. Oh. Wow. What can I do for you? Äh... Erstmal verkaufen. Strong King of the Fox kann weg. Glass Plate kann weg. Will ich den Wing of the Fox verkaufen? Wobei der Weg gelegt hat. Beine waren geschenkt. Ah, aber wie bleibt mir bei items? Amor brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Bein bringt auch nichts. Ivory Bow of the stars. Male of the stars. Ja, 1 bis 10 ist doch dann schon ein bisschen mehr. Weil ich habe ja jetzt den Bow of the Moon. Wow. Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Wow! Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Ja. Interessant. Es sieht wie ein Buch von Reagenten. Also das ist ein Ingredienz. Das wiederholt sie dann nochmal. Okay. Und sie sagt, sie will unbedingt den Mushroom haben. So, Book kann weg, Mana, Shield, Rollen können eigentlich auch weg. Guardian-Roll kann weg, Passing-Rolle, Fire-Roll, das Mana-Shield kann weg. Und der Rest ist nur Healing. Und dann noch eine Potion of Pulled Mana. Mana, Sword of Mana-Shield ist schon teuer. Book of Firewall. Book of Firewall, Bofeeling, Fire-Mode, Stuff of Brilliance. Na ja, ganz ehrlich, bevor wir uns neue Potions kaufen. Hat sie noch irgendwas über ihre Quests zu sagen? Also ja, sie drängt uns dazu, einen großen schwarzen Pilz zu finden. Den sie unbedingt für eins ihrer Experimente braucht. Gut, wird ja nicht so schwer zu finden sein. Top-Hotels, kurz haben wir nur noch eine einzige übrig hier. Mal sehen, was sagt die Bevölkerung so über die Mushroom Quest. Wow, was kann ich für dich tun? Und ja, Items reparieren, das wäre auch die Idee. Wprob an ein bisschen nicht aufsonsten! Mal sehen, wasreibt es noch nicht? demonstrated. Wie sieht die Probleme?